Windschönheitsoberflächen, Porzellan durch äderte Reute, Lust und Ekstase genießen, Schmerzvermeidung, sogar Selbstdestruktions-Wiederholungsaktionen dienen also nichts anderem als dem, was wir heute schon festgestellt haben. Der Trittimperativ, Unmöglichkeit für die Neumöglichkeiten, der Selbstaufhebung, der Selbstzerstörung und der Neuzusammensetzung, sprich es dient einem anderen Scrabbeln und Knobeln, aber dieses Takten und Ticken hinter den Schleiern und der Vorhängen, wäre zu abstrakt, um zu knöchern und nicht sinnlich, sondern mathematisch unmenschlich, das ... Punkt, Punkt, Punkt.